hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir es ist wieder so weit die woche zwei aufgaben sind da damit will ich heute auf jeden fall anfangen ich sage euch heute wie die aufkommen alle funktionieren was ihr da machen muss damit fangen wir jetzt an los geht's gerade in einem kugler in einem windkanal bei einem kugler achterbahn also das heißt quasi da wo dieses luft da sieht ihr wahrscheinlich unten an der karte gerade da müsst ihr auch einmal dadurch so da bin ich auch schon gerade am windkanal da bin ich auch schon drin damit habt ihr auf jeden fall die eine aufgabe erst mal geschafft seht hier und zwar gerade in einem luftkanal damit habt ihr auf jeden fall die aufgabe geschafft das versuche ich mal so